Ich bin zwar noch nicht so alt, aber ich bin heute relativ gebrechlich, deswegen suche ich um Verständnis, dass ich mich umsetze. Hört ihr mich alle? Also wenn ich den Franz Hörmann so zusammenfasse, dann müsste ich sagen, wenn Geld machen eine Sünde ist, dann herzlich willkommen im 21. Jahrhundert. Aber wenn Geld machen eine Sünde ist, dann herzlich willkommen in der Hölle des 21. Jahrhunderts. Wenn allerdings Geld kontrollieren keine Sünde ist, dann herzlich willkommen im Himmel des Franz Hörmann. Das fällt mir nur dazu ein, weil ich glaube, und davon bin ich fest überzeugt, Österreich hat 1973 den letzten Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften herausgebracht und dessen Theorien des Monetarismus oder besser gesagt des Neoliberalismus, Hayek hat er geheißen, dominiert heute die Welt. Sie dominiert und kontrolliert die Geldversorgung, sie dominiert und kontrolliert die Geldverteilung und sie dominiert und kontrolliert die Ressourcenverteilung. Jetzt will ich nicht sagen, dass uns der Hayek letztlich ein Erbe hinterlassen hat, das uns wirkliche Probleme geschaffen hat, aber ich glaube, dass wir 40 Jahre, nachdem der letzte Österreicher den Nobelpreis bekommen hat, durchaus imstande werden, noch einen hervorzubringen, der in Zukunft auch einen Nobelpreis verleiht bekommen kann. Und das ist in meinen Augen, und das sage ich ganz offen und ehrlich, der Franz Hörmann. Das ist übrigens mein lieber Freund Harvey Friedman, Montecristo, wie er sich auch nennt, der dieses Buch jetzt herausgebracht hat, das sehr empfehlenswert ist. Und ich habe ihm, nachdem er das gesagt hat, er hält mich für Nobelpreis würdig, auch schon gesagt, ich würde diesen Preis nur unter einer einzigen Bedingung annehmen, nämlich, dass es der letzte Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften ist, der verliehen wird, weil das ja eigentlich Pseudowissenschaften sind. Ich bitte euch, mich auch bitte zu verstehen, dass ich leider nur 10 oder 15 Minuten Zeit habe, weil ich habe nicht nur Schmerzen im Rücken und ich wäre normalerweise auf einer Insel, wo ich meine Schwimmtherapien machen muss, für meinen Rücken. Deswegen werde ich mich kurz fassen, weil man hat mich gebeten, heute spontan kurz herzzukommen, nachdem wir im Studio von Puls4 waren und ich dort auch mit dem Herrn Spindelecker nachher Autoprotokoll ein, zwei Sätze gewechselt habe und wir werden ein Treffen vereinbaren. Das haben wir ausgemacht, weil ich ihm gesagt habe, dass das, was ich im Moment im Hintergrund unterhalb der Wirklichkeit, die er wahrnimmt, zusammenbraut, etwas auslösen kann, was ein Sturm sein wird. Und ich möchte das an dieser Stelle insofern einleiten, dass ich sage, der Platz, den ihr euch ausgewählt habt, um hier euch zu versammeln, ist schließlich am Fuße der Göttin Bala Sardene und wer weiß, dass die Göttin Bala Sardene letztlich auch für Kunst, für Kampf und für Strategien und vor allem für eines steht, für Weisheit, der wird vielleicht einen Widerspruch darin erkennen, dass die Weisheit hier vor dem Parlament steht und nicht drinnen debattiert. Weil, dass die Bala Sardene da draußen ihre Runden dreht, ist bezeichnend für das, was diese Herrschaften da hinten machen. Für mich war das Erlebnis dieses Buchschreibens etwas sehr Ergreifendes und etwas, was mich nicht nur berührt hat, sondern auch seelisch ausgezehrt hat. Und viele stellen mich heute als jemanden hin, der vom Saulus zum Paulus mutiert ist. Ich hatte auch ein Erlebnis in diesem Zusammenhang, denn als ich begonnen habe zu recherchieren für den Bankster-Club, hatte ich noch sehr wenig, das habe ich schon an anderer Stelle gesagt, aber was ich noch nicht gesagt habe, ist, ich hatte nach einigen Monaten etwas gesehen, was ich sehr gut gekannt habe. Ich hatte vor ca. 15 Jahren, als ich selbst im Investmentbanking und im Bankgeschäft tätig war, meine eigene Holding in der Schweiz war in einem Zulassungsverfahren für eine Bankkonzession seinerzeit bei der Eidgenössischen Bankenkommission in Bern. Die österreichischen Behörden haben mit einem Strich durch die Rechnung gemacht, respektive die Bundeswertpapieraufsicht. Aber, was ich erzählen wollte, war folgendes. Ich hatte damals unzählige Leute, die mich angesprochen haben. Die kamen, das waren oft Unterhändler, Mittelsmänner, mit akademischen Graden, die auf Universitäten auch tätig waren und die gleichzeitig auch andere Nebentätigkeiten durchgeführt haben. Und meine Aufgabe vor 15 Jahren war es unter anderem, Leute zu beraten oder zu betreuen, die ein paar hundert Millionen Euro entweder verschwinden lassen wollten, weiß waschen lassen wollten oder irgendetwas anderes damit vorhatten. Und die Konstruktionen, die wir seinerzeit gemacht haben, waren Konstruktionen, weil wenn sie heute eine halbe Milliarde Euro Reiß waschen wollen oder es in Verkehr bringen wollen, es investieren wollen und die Herkunft dieser Gelder ist bedenklich, dann stehen sie vor einem Problem. Sie müssen nämlich einen Baumstamm durch ein Schlüsselloch bringen und dann kommen sie zu solchen Leuten wie mir. Und meine Aufgabe hat seinerzeit darin bestanden, große Organigramme und Strukturbäume zu zeichnen, die aus 100 bis 200 Briefkastenfirmen sich zusammengesetzt haben, weil anders können sie eine halbe Milliarde nicht weiß waschen. Das geht gar nicht. Aber, und das Interessante für mich war dann folgendes, als ich Informationen über die BABAK, über die HYPO, über die Raiffeisen, über die Erste Bank, über Sparkassen und über unterschiedliche andere europäische Banken bekommen habe und das waren sehr viele internes, interne Informationen, die die Öffentlichkeit nie erfahren hat, da bin ich plötzlich auf etwas gestoßen, was mich an die Arbeit erinnert hat, die ich vor 15 Jahren gemacht habe, nämlich Konstruktionen von 100 bis 200 Briefkastenfirmen, wo hunderte von Millionen Geldern drüber fließen, die von Banken gemacht werden, und zwar im Hintergrund. Und die dafür gemacht werden, dass Leute, die viel Geld haben, deren Herkunft wir nicht wissen sollten und auch nicht wissen dürfen, diese Gelder letztlich verwendbar machen, benutzbar machen. Weil, nach den Geldwäscherichtlinien, und das wissen wir mittlerweile eh, die Vorschriften relativ streng sind, aber wenn Sie Konstruktionen sehen von angesehenen Großbanken, wenn Sie Konstruktionen sehen von Systemträgerbanken, die Geld waschen für Waffenhändler, für Drogenhändler, für Leute, die kriminell tätig sind, über Ihre Briefkastenfirmen und über Ihre Tochtergesellschaften, und Sie erinnern sich an die Arbeit zurück, die Sie für andere Leute machen hätten sollen, dann fällt Ihnen eines auf. Sie können das niemals alleine machen. Denn auch ich war damals in der Situation und hatte letztlich viele Leute und Berater und Helfer gebraucht. Und diese Leute dort brauchen auch Berater und Helfer. Und letztlich hat man nicht umsonst bis heute über 300 Millionen Euro nur für Berater, Honorare und für Gutachten ausgegeben, um noch immer nicht zu wissen, wie groß das Loch von der Hypo ist. Das habe ich heute dem Spindeleger gesagt, nachdem ich ihm ja etwas gefragt habe. Und zwar folgendes. Mich hat er etwas beschäftigt. Ich habe ihn gefragt, ob er weiß, heute in dieser Puls-4-Diskussion, ob er weiß, wie hoch der Anteil der Käst ist, die er pro Jahr einnimmt. Oder wie hoch der letzte Stand war. Er hat dann zuerst das Auswendig nicht gewusst. Er hat dann einen Betrag genannt von 2,7 Milliarden. Die Moderatorin und er haben nicht gewusst, worauf ich hinaus will. Und ich wollte auf einen bestimmten Punkt hinaus. Weil ich wollte ihn fragen, wenn er 2,7 Milliarden Euro an Käst im letzten Jahr eingenommen hat, dann wird er ja eine Budgetprognose haben für dieses Jahr. Und ich wollte von ihm wissen, wie hoch diese Prognose ist. Dazu ist es aber dann nicht mehr gekommen, zu was es gekommen ist, dass ich ihn gefragt habe, wie hoch seiner Meinung nach der Verlust oder der Schaden sein wird, den er haben wird, oder an den Einbrüchen aus der Kapitalertragsteuer. Da hat er auch nicht gewusst, was ich meine. Dann habe ich ihm einen Artikel, besser gesagt ein Deckblatt, vom Finanzjahresbericht der Europäischen Zentralbank vorgehalten. Der ist nämlich dieses Wochenende veröffentlicht worden. Und kurioserweise, 5 Tage nach der EU-Wahl, kommt unser EZB-Direktor, Mario Draghi, auf die Idee, uns über seinen Finanzjahresbericht dazu informieren, dass wir unbedingt und dringend, aber das sagt er nicht uns, sondern den Banken und den Investoren, Auszug aus den deutschen Wirtschaftsnachrichten. Mario Draghi, wo habe ich ihn jetzt da? Wer muss ich ihn geben? Mario Draghi gibt eine Crash-Warnung an diesem Wochenende heraus, heute ist Montag, das war am Freitag, gibt eine Crash-Warnung heraus, jetzt am 29. Mai aus dem Finanzjahresbericht der Europäischen Zentralbank, wo er dringend alle Banken und Investoren davor rät, Vorsorge zu betreiben und sich zu... Was er meint, und zwar ganz konkret steht das im Finanzjahresbericht drinnen, was er meint, wie hoch seine Einbußen bei der Kapitalertragsteuer sind, wenn das Vermögen der kleinen Leute so fallen wird, wenn tatsächlich ein Crash kommt und ob er sich das nicht ersparen könnte. Auf das ist er nicht gekommen. Zu was es aber gekommen ist, ich habe ihn dann letztlich gefragt, wissen Sie, Herr Finanzminister, was ich nicht verstehe ist, wieso warnen Sie nicht Ihre eigenen Bürger, denn ich habe nichts davon in den Zeitungen oder in den Medien gelesen. Nichts. Und ich werde Ihnen sagen, und ich werde Ihnen sagen, warum das so ist. Tatsache ist nämlich eine, und das hat mich sehr an Zypern erinnert. In Zypern war es auch so, dass die Zypriotische Zentralbank den Oligarchen aus Russland oder den anderen Millionären und Milliardären noch am Vorabend, bevor die Bankschalter geschlossen worden sind, mehrere Milliarden Euro ausbezahlt haben. Die konnten das noch am Vorabend intern regeln und ihre Gelder abziehen. Am nächsten Tag ist die Bevölkerung von Zypern vor den geschlossenen Schaltern gestanden. Und denen hat man dann gesagt, sie können nur maximal 300 Euro abheben. Ich frage mich nur eines. Wenn ein Chef und unser Chef der Europäischen Zentralbank, der für 500 Millionen Bürger das Geld druckt, nur seinen Banken und seinen Investoren sagt, sie sollten Vorsorge betreiben und sich schützen, uns das hingegen nicht sagt, dann muss da irgendein merkwürdiges Interesse darin bestehen. Und wenn ich das zu Ende denke, dann komme ich zu folgendem Ergebnis. Es gibt nämlich ein Bankwesengesetz und in diesem Bankwesengesetz steht drinnen, dass ab einer bestimmten Prozentanzahl von behobenen Sparbuchgeldern oder Wertpapieren, die liquidiert und behoben werden, jede Bank das Recht hat, die Schalter zu schließen, einen Kommissionär zu bestellen von der österreichischen Nationalbank beziehungsweise von der Finanzmarktaufsicht und die kleinen Leute nicht zu ihrem Geld kommen. Daher habe ich den Herrn Spindeleger gefragt, was raten Sie den kleinen Bürgern? Weil der große Mann im Hintergrund kriegt sein Geld noch ausbezahlt. Aber wenn die Masse vor der Türe steht und ihre Ersparnisse haben will, für die sie jahrelang gearbeitet hat, dann hat sie vom Gesetz her einen Riegel vorgeschoben, der ihr gar nicht die Möglichkeit gibt, sich zu schützen. Also was soll ich jetzt tun? Wenn mein oberster Geldhüter sagt, schützt euch, trefft Vorsorgen, was soll ich dann tun, Herr Finanzminister? Ja, da müssen Sie dann Ihre Berater fragen. Na, wen soll ich denn sonst fragen, außer Herrn Finanzminister? Der verwaltet ja letztlich auch unser Vermögen. Es geht ja nicht nur darum, wo er das Geld herkriegt, sondern wie er es auch verwendet. Und da habe ich halt wirklich auch heute wieder ein Erlebnis gehabt, wo ich wirklich größte Bedenken habe, dass die Weisheit wirklich nur da draußen steht und nicht da drinnen. Und dass wir, danke, und dass wir, dass wir in einer seltsamen Situation sind. Und da hatte ich eine Vision, als ich heute hier hergereist bin, weil ursprünglich war es nicht beabsichtigt, nämlich in der, als ich, dass ich den Herrn Leopold Fegel auf einem Balkon gesessen habe, mit einem Staatsvertrag und er hat gesagt, Österreich ist frei. Ich muss offen gestehen, ich muss offen gestehen, das würde ich gerne wiederhören. Und nicht nur bezogen auf Österreich. Ich würde es gerne hören, dass man sagt, Europa ist frei. Und wenn sich Europa emanzipiert von Amerika, dann könnte man vielleicht einmal hergehen und sagen, die ganze Welt ist wieder frei. Weil es kann nicht sein. Als die Lehman-Pleite am 14. September 2008 begonnen hat, hatte man das schon gewusst. Nicht nur, dass die Brüder Lehman Mitgründer worden von der amerikanischen Zentralbank und es seit dem Jahre 1934 einen Streit gibt unter diesen Familien, der eben so gelöst worden ist. Aber es hat mich dann an etwas erinnert, was mit dem Bröll passiert ist. Bei wen hat denn der Bush seinerzeit geholt im Jahr 2008, um das Problem dann aus der Welt zu schaffen? Einen Herrn Direktor von Goldman Sachs und er hieß seinerzeit Henry Bolson und dieser Henry Bolson ist aufgetaucht, hat einen dreiseitigen Vertrag dem amerikanischen Kongress vorgelegt und dort den Kongressabgeordneten und Senatoren gesagt, wenn ihr das nicht unterschreibt, haben wir Kriegsrecht in den USA. Was die dann unterschrieben haben und abgestimmt haben, war die Frage, ob das amerikanische Volk den Großbanken 700 Milliarden US-Dollar zur Verfügung stellen soll. So, das hat der Henry Bolson gemacht und nach acht Wochen ist er wieder verschwunden und war wieder bei Goldman Sachs. Wie hat es denn der Herr Bröll gemacht? Der ist von der Raiffeisen gekommen, hat sein Finanzministerium ein paar Monate geführt, oder ich weiß nicht, ob es zwei oder drei Jahre waren, hat uns einen Riesenschaden hinterlassen, es waren nicht 700 Milliarden, sondern es waren halt 20 oder 30 und ist wieder verschwunden, so wie der Herr Bolson. Dort, wo er früher war, in der Raiffeisen. Und das kann es nicht sein. Es kann nicht sein, dass wir dieses Handlungsreaktions- und Entscheidungsmuster, das uns von der Wall Street diktiert wird, bis hierher über uns ergehen lassen müssen. Es kann nicht sein, dass wir nicht hergehen können und sagen können, eigentlich will ich in eine Zukunft blicken, wo ich sagen kann, es ist ein Fest, es ist eine Freude, uns von einer Geißel oder von einer Diktatur, von einer Parallelregierung, die im Hintergrund über uns diktiert und unseren Volksvertretern vorschreibt, was sie zu tun haben und wie sie ihre Fehler und ihre Kosten, die sie verursachen, zu tragen haben. Das kann es nicht sein. Und ich habe dem Spindeleger auch gesagt, wissen Sie, ich mache Ihnen einen Vorschlag, nachdem er mittlerweile bekannt ist, und das ist ja auch im Dezember und im Jänner schon teilweise veröffentlicht worden, Standard, Presse, Profil, haben wir darüber berichtet, dass ja in Wahrheit die Reifeisen durch eine Hypopleite sehr stark getroffen werden würde. Ich habe in der Nacht im Studiegespräch den Vorschlag gemacht, er solle doch hergehen, wenn die Reifeisen vielleicht zu wenig Geld hat oder keines mehr hat, um das zu zahlen, was sie zahlen müsste, dann soll sie doch vielleicht die Anteile an der österreichischen Nationalbank herausgeben und dem Volk zurückgeben und nicht dort bestimmen. Wisst ihr, was er mir gesagt hat? Er sagt, das haben wir alles schon erledigt, die Nationalbank ist zu 100% im Volkseigentum. Habe ich gesagt, lieber Herr Finanzminister, wenn sie morgen auf die Nationalbank gehen, im Internet, dann haben sie eine Eigentümerstruktur, wo sie vom Volk zwar was sehen, aber nicht das, was sie mir jetzt sagen, weil dort ist die Bank Austria, die Industriellen Vereinigung, die Reifeisengruppe, die B&C Holding, die sind alle an unserer Nationalbank beteiligt. Das ist auch das, was der Herr Hörmann sagt, nämlich, dass es nicht sein kann, dass Interessen in der Geldherstellung und in der Geldschöpfung am Werken sind, die es mit uns nicht gut meinen, weil diese Banken lassen die Leute auf der Straße verrecken. Es ist der internationale Währungsfonds, der den Griechen vorschreibt, oder besser gesagt, der griechischen Regierung vorschreibt, wenn eure kleinen Leute nicht ihr Eigenheim verlassen oder den Kredit fürs Eigenheim zurückzahlen, dann sind eure Kreditlinien eingefroren und gesperrt. Das heißt, eine Regierung, die unter Druck gesetzt wird, indem man ihr ein Geld, das man ihr versprochen hat, vorenthält, nur unter der Bedingung, die Bürger zu enteignen, ist eine Regierung, die an einem Prozess mitwirkt, der auf nichts anderes hinausläuft, als die Leute unten zu enteignen. Und das kann es auch nicht sein. Ich muss offen gestehen, ich sehe sehr viele junge Leute, wenn ich mich hier umblicke. Ich könnte fast meinen Sohn sehen, wobei ich den seit acht Jahren nicht mehr gesehen habe, aber ich war überrascht und jetzt bin ich eigentlich schon am Ende. Ich war überrascht, dass ich hierher gekommen bin und hier hinten den Begriff Frieden gesehen habe. Denn das letzte Geschenk, das mir mein Sohn, der heute 18 sein sollte, gemacht hat, war im Jahr 2002 zu Weihnachten. Und das trage ich seit. Und das schaut so aus. Es ist ein Friedenszeichen. Und deswegen habe ich mich die Bekleidung, die ich trage, ist eine Uniform. Ihr könnt es ruhig als Darnung sehen. Ich sehe mich als jemanden, der die Freiheit lebt. Darüber schreibe ich Bücher, darüber erfinde ich Geschichten, darüber schreibe ich Verse, Essays, auch lyrische und poetische Dinge. Freiheit, Unabhängigkeit und Selbstbestimmung. Das ist das, was die Demokratie uns versprochen hat. Und diese Form von Selbstbestimmung, die man uns vor 100, 200 oder 250 Jahren in Aussicht gestellt hat, es kann sein, dass es diese Selbstbestimmung irgendwann einmal nicht mehr gibt. Es kann sein, dass eine Zeit kommt, wo eine Generation heranwächst, die das nicht mehr kennt, was wir noch kennen. Die das vielleicht dann nicht mehr darf, was wir noch dürfen. Ich kenne Entwürfe von sogenannten europäischen Ethikräten, wo es darum geht, Toleranzregeln in die Bürgerrechte einzuführen, wo viele Dinge dann wieder abgeschafft werden sollen, die auf Dauer nur eines zum Ziel haben, nämlich die Bevormundung. Und diese Art von Bevormundung, die man hier betreibt, führt auf Dauer dazu, dass wir unsere Selbstbestimmung verlieren. Und diese Selbstbestimmung auf friedlichem Weg wieder zu gewinnen und für uns zu behalten, wie man sie uns versprochen hat, müssen wir mehr tun. Es ist schöner, hier sitzen zu sehen, am Fuße der Göttin Pallasadene. Es ist schöner, euch hier getroffen zu haben. Es ist eine sehr romantische, eine angenehme Stimmung. Es ist ein lauer Abend. Und ich glaube, dass die Aufgabe, die wir haben und in der Verpflichtung besteht, unseren Kindern und deren Kindern und Kindeskindern etwas zu hinterlassen, dass diesen Menschen auch in einer Zukunft, in der zehn Milliarden Menschen um Rohstoffe, um Wasser, um Nahrung und um Dinge leben müssen, um überleben zu können und dafür arbeiten müssen, dass wir heute die Weichen stellen, um unseren Kindern und Kindeskindern und vielleicht sogar eine einen Zustand herbeizuführen, der nicht nur wieder ein neues Bewusstsein verbreiten kann und ein neues Gefühl der Freiheit, sondern der ein Gefühl der Hoffnung und der Freude wieder vermitteln kann, damit wir sagen können, dass dieses Stichwort Frieden nicht davon abhängig ist, ob jetzt irgendwelche türkische Generäle sich ausdenken, wie sie in Syrien etwas verursachen können, um einen Angriff zu rechtfertigen, dass Friedensbewegungen nicht davon abhängig sind, die Masse zu täuschen, egal ob es jetzt das Anzetteln von einem Irakkrieg ist, wie es der Busch gemacht hat, die größte Schwalbe, die wir im Strafraum der Geschichte gehabt haben, wenn man es so bezeichnen kann, weil das nennt man ja den Angriff unter falscher Fahne, was diese Leute tun, um Kriege anzetteln zu können. Das wissen wir ja, dass das die Operation Himmler war. Und die Operation Himmler im Jahr 1939 hatte den Zweck, dass der Hitler seine eigenen Leute in polnische Uniformen gesteckt hat, die hatten dann ihre eigenen Bürger erschossen und damit hatte er die Rechtfertigung, Polen anzugreifen. Und genauso hatten es die Amerikaner nicht nur im Golf von Dong Kim gemacht, um im Vietnamkrieg einsteigen zu können, sondern sie haben es letztendlich auch mit dem Irakkrieg gemacht. Und genauso machen sie es heute noch. Sie versetzen die Leute in einen falschen Glauben und in einen Irrtum, um nach außen hin Frieden zu predigen, aber in Wahrheit dahinter eine Industrie zu finanzieren, der es letztlich um nichts anderes geht, als um die Kontrolle aufrecht zu erhalten. Und das Traurigste an diesem Bankster-Club, an diesem weltweiten Bankster-Club, der uns auf lokaler, auf nationaler, auf europäischer, auf internationaler und auf globaler Ebene unter seiner Fuchtel hat, Zeit. Ich habe jetzt den Faden verloren, was wollte ich denn sagen? Was? Ich weiß es nicht, ich muss jetzt auch... Da steht's. Es ist grausam und es ist nur der erste Teil und das war mir ein Anliegen, dass ich diesen ersten Teil, der mich psychisch und seelisch wirklich ausgezehrt hat, weil es grausam ist, sich mit diesen Geschichten auseinanderzusetzen. Deswegen war es mir oft ein Bedürfnis, mich selbst in einen anderen Zustand der Balance zu versetzen und habe daher sehr viel auch philosophiert. Aber der zweite Teil, und das verspreche ich hiermit, und da arbeiten wir im Hintergrund daran mit mehreren Ländern und mit mehreren Bewegungen, der zweite Teil wird der sein, von dem ich glaube, dass wir ein Instrument in die Hände bekommen, um innerhalb kürzester Zeit unseren Willen und unsere Selbstbestimmung wieder zurück zu bekommen. Lässt euch davon überraschen. Ja, und jetzt möchte ich abschließend bevor ich mich verabschiede vielleicht noch eine kleine Geschichte erzählen, das mache ich ganz klein, das sollte man als Autor. Die ist sehr bekannt, die hatte ich vor 25 Jahren zum ersten Mal gehört und ich hatte sie oft erzählt. Aber es geht um zwei kleine Brüder. der eine ist im Alter von circa sechs, sieben Jahren, ist also noch sehr naiv und gutgläubig, der andere ist gerade in der Pubertät, ist so 13, 14 Jahre alt, glaubt das schon die Weisheit gebachtet zu haben und eines Tages kommt der kleine Bruder zu ihm und sagt, du, ich habe gehört, tief im Wald, da gibt es einen Mann, der weiß auf jede Frage eine Antwort und der große Bruder hat in seiner pubertären Präpotenz darauf geantwortet und erwidert, vergiss das, das ist ein Blödsinn, das gibt es nicht, es gibt keinen Menschen, der alles weiß. Doch, ich glaube das aber und ich will dorthin gehen, ich traue mich aber nicht alleine, gehst du bitte mit mir mit und der große Bruder sagt, okay, dann machen wir das, ich werde es dir beweisen. Wir gehen durch den Wald und in den Wald fängt der große Bruder einen kleinen Spatz, einen kleinen Vogel und sagt, siehst du, mit diesem Vogel werde ich dir beweisen, dass der Mann nicht jede Frage beantworten kann. Ja, warum, wie meinst du das? Na, pass auf, ich werde folgendes machen, aber besser gesagt, ich erkläre es dir nicht, ich zeige es dir. Die gehen weiter, kommen zu einer Lichtung, am Ende dieser Lichtung ist eine alte Hütte, eine Blockhütte und vor dieser Blockhütte sitzt ein alter Mann, entspannt im Schein und genießt den Moment. Dann kommen die zwei Buben vor dem hin, der größere stellt sich vor ihm hin, verschränkt hinter seinem Rücken beide Hände und sagt zu ihm, alter Mann, ich habe eine Frage an dich, ich habe gehört, du sollst auf jede Frage eine Antwort kennen, stimmt das? Und er sagt dann drauf, ja, das wird erzählt, das stimmt, das ist so. Gut, dann würde mich einen Vogel, ist er jetzt tot oder lebt er? Und das ist eine zirkuläre Frage, weil hätte der alte Mann gesagt, er ist tot, hätte der Junge die Hand aufgemacht und hätte ihn fliegen lassen. Hätte der Mann gesagt, der Vogel lebt, hätte er hinten kurz mit seiner Faust zusammengedrückt und hätte ihm das Genick gebrochen und gesagt, er ist tot. Was sagt der alte Mann er sagt zu ihm das Leben dieses kleinen Vogels sowie dein eigenes und so wie eures und unseres liegt in deiner Hand und in unserer Hand in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend und ein d d Vielen Dank.